Weiteren Folge 6 Guns Und wir haben ja diese jahre Schiene so geil Nee, nicht geil aber Interessant Also ich find's persönlich Cool, dass Dieser Charakter Sich anpasst An das Spiel Also den Charakter, den ich spiele Im Spiel Achso, ja, ja, im, ja, im Ladebildschirme Sind sowas auch geil Ladebildschirme sind sowas von geil Ähm, ja Ich erste mal wieder Muni Grab the Shades Ähm Ich weiß, was war ich Schauen wir mal hier, was man hier machen kann Nee, wollt ihr nicht lassen, was man hier machen kann Nee, lassen wir mal hier Schauen wir mal was hier Neues gibt Wir müssen ja immer noch Weiter leben, weiter leben, weiter, weiter, weiter Level Ja, das weiß ich doch Ähm, weiter level Oh, immer noch Ich muss sie uns machen Oh, wir nehmen ich ein Level 10 Und wir haben nur Level 9 Und 9 Und 95 XP Was soll ich machen, was soll ich machen, ich mach nur das Äh, gratis Und dann Das war aber ganz wichtig Sam Ich glaube so passt Ja Äh, geil Genau das habe ich Gewört Jetzt sind wir Rich nigger Nein, nein, wir sind kein nigger Aber rich Really rich 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 And we take it This bitch Nein, das machen wir nicht So was machen wir nicht Wir sind anstrengendig Das machen wir nicht Das machen wir nicht Das machen wir nicht Äh, ja Äh, ja Äh, die Was mach ich? Mach's, was mach, mach, mach Äh, egal, machen wir halt das Rennen Ja, ja, okay, das machen wir Auch Einmal zum Segen ist Päten Ja, lauf doch ey Okay, lauf doch ey Ja, ah, ja Verdammt wenn die nicht dagegen laufen komm schon komm schon ja schön die kurve kriegt na 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 ah scheiße scheiße hilfe ich hab wir haben begangen ich dich lauf 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 doch alter keine ahnung wie man es mit dem gamepad macht ey aber wenn man schon mit der maus und das der tufe hakt das will ich nicht wissen oh die sind halt da weiß ich schon nicht ja ja machen wir nochmal normal normal noch nicht normal nochmal ja okay ja rennen in soco oh ja soco ja das haben wir schon alles gesehen ja 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 meine güte ey ja ich will die money und xp hauptsächlich momentan xp damit ich leveln kann damit ich leveln kann und die nächste aus der hauptsache ich sage es immer wieder aber mit der musik ist geil außer die steuerung ey man muss mit dem maus und mit b und ne nicht weh ja schon mit wer ist ja aber nach rechts und links mit 11 a und d ja richtig richtig gesagt mit maus und s und d kein a und d a a a d a d a d a d a d a d a d a d a d a d a d e a d a d a d a d alter nein 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 droht verhaken soll zu dicht nicht alter kann er schneller sein als ich und noch nicht wieder statt zum glück nicht aber Aber der ist noch nicht so schnell als ich. Verdammt, schlechte Momente ausgewählt, um beschleunigen, ey. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja! Geil! Die Maus, höre der Amt, falsche Seite. Äh, falscher Monitor. Okay, kurz. Entspannen, ey. Yeah. Weiter. Ich glaube, diesmal mache ich nicht noch einmal, ey. Die Qual war genug. Machen wir mal diesmal! Äh... Kaufen wir! Ne, Upgrade! Nein, kaufen! Nein, ist mal nicht das. Ich wollte ja... Nein... Oh, ne, Level 10! Krrrr... Erstmal, Level 10 kann man... ...das mal schalten. Oh, ne... Okay... Äh... Nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein, nein. Schauen wir mal. Schauen wir uns mal um, was es hier so gibt. Verfolge. Verfolge? Verfolge? Ja... 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 Es ist natürlich nicht nur hauptsächlich, schauen. Wir haben auch vorher ein Rennen gemacht. Was ist eigentlich das? Und das? Ähm... Was ist eigentlich das? Das ist... Achja... Die neue Mission. Banditen... Banditas... Nein... Ich glaub, diesmal... Mach ich... Upgrade! Über die falsche Taste, aber... Egal... So oder so kommt man dahin. So oder so kommt man dahin. Nein... Ich... Das... Schöne Geld dafür verschwenden. Aber egal... Upgrade! Einmal komplett auf Schaden. Ja... Komplett auf Schaden. Komplett auf Schaden, ey. Plus 35 Prozent, ey. Äh... Mach ich mal mal nachladen. Was soll ich sonst noch machen? Ähm... Ja... Machen wir mal das. Nein... Was soll ich jetzt? Das oder das? Das... 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 Feuer... Krass... Nee... Nee... Kann aber nicht. Ab egal... Schaden auf... Komplett... Mehr geht nicht. Das... 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 Okay... Töte alle Feinde... In den... Belved... Wiedhofs... Katakomben... Das steht ja nicht hier, hab ich noch nie bemerkt. Das... Kein... Kein Ahnung was das steht... Ich kann es nicht lesen... Das ist englisch... nisch und die hängnis sein oder es könnte hoch genau die ich weiß jetzt weg damit ehem ich will sonst anschauen aber ja mal weiter was immer steht nur gleich kommt die vorliegen so was wie so eine gleiche Decke dann steigling dann decke kletterte hier ist das mann und sowas von nachladen du musst du nachladen an der wand ist ja klar da kann man es nicht auch schön für der 5 springen sie schon gleich ab keller und zu sein die unter kirche sind die kirche na gut das böse sparen wir immer wir sind die kirche kategorien so groß ist doch die kirche nicht warte nicht solche nicht solche und die kabel wurden das hab ich noch nie gesehen voll krass vor krass stirbt könnte auch sterben du darfst auch sterben treffen muss man auch er hat mich aber ich bin kopfe nicht und kopfschuss geil kritisch kopfschuss kritik und kopfschuss magisch nachladen mit r berlin und immer noch wieso band d und zusammenarbeit weil was ist das das kreiber dr das das ist der st es ist stücke es nicht zu starten dies kommt kommt vielleicht soll machen so und da können wir sie locker nur noch so eine ob es gibt ich gebe ich auch kommt zu sehen die wir in Bad Vampir um zu arbeiten gebe ich in Kopfschuss das sind wir er zu vielleicht merken ist normalerweise Monster ist tötet man ja bring man normale menschen um und die Banditen sind weg dass man treffen könnte könnte ja gescheiter reden verdammt ist er mich vergessen ja eigentlich ist ja unnormal dass man ja als Monster greifen wir normalen normale menschen an und Banditen sind eh von normale menschen die machen bloß als illegal ist aber egal die es wird die 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 das das alles ja doch dann kommt im spiel doch kein halt stopp 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 ich will euch erschießen nicht mehr ihr sollt mich erschlagen okay gut Platz 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 mehr Alter hat ich will euch umbringen nicht mich umbringen das gehe ich immer weiter nach hinten obwohl ich ja nicht im Kreis umlaufen kann denn die KI ist hier zu schlau die reagiert das dann wenn man eine Weile stehen bleibt vor den erst dann greift sie an also nach einem geht sie äh wie soll ich sagen äh egal ich zeig es gleich nachher gleich die bleiben kurz also Türs müssen sie kapiteln wo dieses charakter ist der so finster reinschauen naja da sieht nicht so wie es aus nur so in den Augen sieht man nicht so ich denke da ein ich einfach kann ich kräftig im nicht das kaufen die Sonne sein und eins auch haben nicht genügend aber gleich bei den nächsten Opfern die ich erschieße schalala ich habe mich in die richtige Richtung so hoch wie auch nicht ich hoffe in die falsche Richtung wenn man die dritte wird ab der dritte Loppe Dippe Doppel Doppel die Bedeutung der Bedeutung der Bedeutung der Bedeutung Ust Lus und ging dann laufen so jetzt bin ich wieder da muss kurz fusten abkürztes mikros geschaltet jetzt muss ich mir hier weiter laufen 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 ich glaube es haben sie auch noch schnellereisern geführt wenn man lange laufen muss finde ich ja eigentlich persönlich wenn man es nicht mag dass man so lange laufen muss in spielen ja weil es ja eigentlich realistisch sein soll wenn es also nicht schlagen vorbeilaufen ja du stirbst jetzt erde kapiert ich bin hier wird macht den ruf ich glaube die seite springt dahinter wo ich war das habe ich gemeint vor dem ich an wir ziehen muss das kabin wo ich bin ach so gibt es noch nach guten tag willst du mit mir spielen verdammt so kritik entscheiden bin ich bleibt stehen da muss schauen wo ich bin warte ich hab mal hier und dann macht er so ein move da wo ich war egal ob es auch egal äh schon wo ich wusste nicht dass ich viel zu dämlich bin ja richtige richtung ich war die ja sie läuft hierhin durch bin bleibt stehen vor mir solche gegner bleiben die wenn es so bleibt immer direkt von schnauze müssen dennoch kapieren wo ich bin so weit die kapiert haben wo ich bin bleiben sie davor stehen müssen kapieren ob ich laufe nicht wenn sie meinen dass ich nicht ich glaube machen sie nur also angriffsmoke je nachgierende dort sagt länger es geht jedenfalls auch bei wilden Tieren die mich angreifen wollen wie ich glaube in der da vorhin 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 die eine der vorherigen vorhin da durch die Panto oder Tiger oder aber genau wo moment ist bleib ja ist alles Geh, Kopfzusch und Level 10! Juhu, freigeschaltet! Alter... Aha, okay... Weiter... War die richtige Richtung? Ja... Richtige Richtung! Ja, schon wieder ein paar... Wand... ...seht man sofort... So, wenn sie an Wand sind, nicht an der Decke... An der Decke sind sie... Ist der Punkt an der gleichen Stelle... Irgendwann müsste ich sterben und ich glaube... Ähm, schon wieder... Zurück, ey... Ja, komm schon... Abdrücke Level 8... Wer, nee... Jetzt mal stärker wird... Ähm... Auch ne, nicht so was... Und ich kriegen keinen Schaden... Ich bin hier einfach nur unfair... Ob der Herr, gleich solche... Der Misch... Der Misch... Der Misch... Der Misch... Und ich kann doch auch nicht... Der Misch... Er... Der Misch... es wird zurück ja ich schieße immer auf alle gleichzeitig und stirbt schon einer Kopfschuss ja Kopfschuss doch ne wird 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 schießt ernsthaft durch die Wand ja so kann man sich nur wenn man hier trifft und jetzt ich auch noch denn dann musst du tun und versinkt in den Hoden ich kann kommen sehen was da unten ist doch muss sich alle töten ohhhhhh wenn ich keine Idee zu doof ist und mich zu freuen nee da kann ich auch nicht dafür du bist du dran jetzt bist du dran jetzt bist du dran du hast noch alles level ich weiß ich stehe auch letztlich hier bevor das ist dieser rote Quadrat würde das oder oder und für die will das wird aber ist Entschuldigung, wenn ich Kramm nix gemacht habe. Ich habe euch ver... Nein, vergessen. Und vergessen, dass ich die Folge jetzt beende. Alt. Erster Streifen. Warte. Warte, warte. So sehen wir uns in der nächsten Folge. Von... Six Guns. Und mein Leben... Mein Leben... Mein Leben reagiert... Verdammt. Warte noch mal. Mein... Egal. Mein Leben regeneriert gerade. Tschüssikowski.